Es schien das übliche, langweilige Schuljahr zu werden. Achtung an die Lehrer und Schüler. Hier ist Mr. Dante, ihr Direktor. Mit der normalen Unruhe in den Klassen. Sie sind für heute vom Unterricht befreit. Den verrücktesten Beziehungskisten. Nein, erst wenn du bessere Zensuren hast. Den typischen Lehrern. Verschwindet alle beide! Raus! Jawohl! Er wollte doch nur eine Lektion erteilen. Was soll das? Aber mit dieser Wirkung hat er nicht gehört. Den Beide sagt Frankenstein, starte ich wieder an. Der hat dort Elektroshops bekommen. So etwas jeden Tag. Wie konnten die das tun? Ich liebe dich, Paula. Ja, ich liebe dich. Lass Paula und mich in Ruhe. Und wie wirst du die Wahrheit sagen? Ich versuche es. Was ist das? Überlebenstraining? Bitte bewahren Sie alle die Ruhe! Kinder verschwinden. Ein Leber wird vermisst. Wenn wir Ruhe bewahren, sind wir heute alle tot. Hilfe! Hilfe! Verstehst du kein Deutsch? Sind es Verzweiflungstaten eines Teenagers? Oder ist es das genau geplante Werk eines kaltblütigen Mörders? Oh! Ah! Ah! Ja! Ich will dich nicht umbringen. Ich bleibe euch als einziger Lehrer im Gedächtnis. Donovan Leach. Jill Scholen. Brad Pitt. Roddy McDowell. Und Martin Mull. Auf dem Boden. In dieser Schule spielt man keine Streiche. Hier regiert der Turm. Wir müssen hier raus! Hilfe! 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 Todes Party 2. Die Schule ist geschlossen.